Die Zeitmaschine Kapitel IX Die Moorlocken Es mag Ihnen sonderbar erscheinen, aber es dauerte zwei Tage, ehe ich den neu gefundenen Schlüssel auf dem offenbar richtigen Wege weiter verfolgen konnte. Ich empfand einen eigenartigen Widerwillen gegen diese bleichen Wesen. Sie hatten genau die blasse Farbe der Würmer und Wesen, die man in zoologischen Museen in den Spiritus aufbewahrt sieht, und sie waren bei der Berührung schlüpfrig kühl. Vermutlich rührte mein Widerwillen zum großen Teil von dem sympathischen Einfluß der Eloi her, deren Ekel vor den Moorlocken ich nun zu begreifen begann. Die nächste Nacht schlief ich nicht gut. Vermutlich war meine Gesundheit ein wenig in Unordnung. Mich bedrückten Zweifel und Verwirrung. Ein oder zwei Mal hatte ich eine Empfindung intensiver Furcht, für die ich keinen bestimmten Grund finden konnte. Ich entsinne mich, daß ich geräuschlos in die große Halle schlich, wo die kleinen Menschen im Mondlicht schliefen. Diese Nacht war Wiener unter ihnen, und daß ich mich in ihrer Gegenwart beruhigt fühlte. Mir fiel ein, daß in wenigen Tagen der Mond durch sein letztes Viertel gehen mußte, und die Nächte dunkler wurden, und vielleicht würden dann die Erscheinungen dieser weißen Lemuren, dieses neuen Gewürms, das das alte ersetzt hatte, häufiger werden. Und an diesen Tagen hatte ich das rastlose Gefühl dessen, der sich um eine unvermeidliche Pflicht herumdrückt. Ich war überzeugt, daß ich die Zeitmaschine nur wieder erlangen konnte, wenn ich kühn in diese unterirdischen Geheimnisse eintrang. Und doch konnte ich dem Geheimnis nicht ins Gesicht sehen. Und wenn ich nur einen Gefährten gehabt hätte, dann wäre es anders gewesen. Aber ich war so furchtbar allein, und selbst in das Dunkel des Brunnens hinunter zu steigen, fürchtete ich mich. Ich weiß nicht, ob sie meine Empfindung verstehen werden, aber ich fühlte mich im Rücken nie ganz sicher. Vielleicht war es die Rastlosigkeit, diese Ungewißheit, was mich auf meinen Forschungsausflügen immer weiter ins Land trieb. Als ich südwestlich auf das steigende Land zuging, das jetzt Compewood hieß, in der Richtung auf das Panster des neunzehnten Jahrhunderts, bemerkte ich sehr fern einen gewaltigen grünen Bau von anderem Charakter als alles, was ich bisher gesehen hatte. Er war größer als der größte der Paläster und Trümmerhaufen, die ich kannte, und die Fassade sah orientalisch aus. Die Oberfläche hatte den Glanz wie auch die blassgrüne Färbung, einer Art bläulichen Grüns, einer gewissen Art Porzellan. Dieser Unterschied im Aussehen deutete auf einen Unterschied im Gebrauch, und ich hatte Lust, weiter vorzudringen und ihn zu erforschen. Aber der Tag neigte sich, und ich hatte den Palast nach einem langen und ermüdenden Umweg zu sehen bekommen. So beschloss ich, das Abenteuer auf den folgenden Tag zu verschieben, und ich kehrte zum Willkommen und zu den Liebkosungen der kleinen Wiener zurück. Aber am nächsten Morgen sah ich klar genug, daß meine Neugier in Betreff des grünen Porzellan- Palastes nur eine Selbsttäuschung war, um ein Erlebnis, das ich fürchtete, noch einen Tag zu umgehen. Ich beschloss, ohne weitere Zeitverschwendung hinabzusteigen, und brach am frühen Morgen nach einem Brunnen in der Nähe der Granit- und Aluminiumruinen auf. Die kleine Wiener lief mit mir. Sie tanzte bis zum Brunnen an meiner Seite, aber als sie sah, daß ich mich über die Mündung beugte und hinab sah, war sie seltsam fassungslos. »Matjö, kleine Wiener!«, sagte ich, und küßte sie, und dann stellte ich sie nieder und begann nach dem Kletterhaken über die Brust wehr zu tasten. Ein wenig hastig, kann ich bekennen, denn ich fürchtete, der Mut könnte mir schwinden. Zuerst sah sie mir entsetzt zu, dann stieß sie einen jämmerlichen Schrei aus, lief auf mich zu und begann mit ihren kleinen Händen an mir zu ziehen. Ich glaube, ihr Widerstand gab mir gerade Kraft, weiter hinabzusteigen. Ich schüttelte sie ab, vielleicht ein wenig rau, und im nächsten Augenblick war ich im Schlund des Bronns. Ich sah ihr gequältes Gesicht über die Brust wehr und lächelte, um sie zu beruhigen. Dann mußte ich auf die wackeligen Haken achten, an denen ich hing. Ich hatte einen Schacht von vielleicht zweihundert Metern hinunter zu klettern. Der Abstieg geschah mittels Stangen aus Metall, die in der Brunnenwand staken, und da sie für die Bedürfnisse eines viel kleineren und leichteren Geschöpfes bestimmt waren, so ermüdete mich das Klettern bald, und ich bekam Krämpfe. Und es war keine einfache Ermüdung. Eine der Stangen bog sich plötzlich unter meiner Last und warf mich fast in die Tiefe hinab. Einen Moment hing ich an einer Hand, und nach dieser Erfahrung wagte ich nicht, wieder auszuruhen. Obgleich mich Arme und Rücken bald scharf schmerzten, kletterte ich doch mit der raschestmöglichen Bewegung weiter. Als ich nach oben sah, sah ich die Öffnung als eine kleine blaue Scheibe, in der ein Stern zu sehen war, während der kleinen Wiener Kopf als schwarzer, runder Vorsprung erschien. Der stoßende Schall einer Maschine unten wurde lauter und ausdrucksvoller. Alles außer jeder kleinen Scheibe oben war tief dunkel, und als ich wieder aufsah, war wie nah verschwunden. Ich war in einer Qual des Unbehagens. Ich dachte halb daran, den Schacht wieder hinaufzuklettern und die Unterwelt in Ruhe zu lassen. Aber während ich mir das überlegte, fuhr ich mit dem Abstieg fort. Schließlich sah ich mit intensiver Erleichterung undeutlich einen Fuß rechts von mir ein dünnes Schlupfloch in der Wand heraufkommen. Ich schwang mich hinein und sah, daß es die Öffnung eines schmalen Horizontaltunnels war, in den ich mich legen und ausruhen konnte. Es war nicht zu früh. Meine Arme schmerzten mich, der Rücken war steif, und ich zitterte von der langen Angst vor einem Fall. Dann hatte die ununterbrochene Dunkelheit eine schlimme Wirkung auf meine Augen. Die Luft war von Schwirren und Stoßen der Maschine erfüllt, die in den Schacht Luft hinunterpumpte. Ich weiß nicht, wie lange ich liegen blieb. Mich störte eine weiche Hand auf, die mein Gesicht berührte. Ich fuhr im Dunkel auf, griff nach meinen Streichhölzern, entzündete eins und sah drei gebückte weiße Geschöpfe, ähnlich dem, das ich über der Erde in der Ruine gesehen hatte, eilig vor dem Lichte fliehen. Da sie hier unten in einem Dunkel lebten, das mir undurchdringlich schien, so waren ihre Augen genau wie die Pupillen der Tiefseefische abnorm groß und empfindlich, und sie reflektierten auch das Licht ebenso. Ich zweifle nicht, daß sie mich in jener strahlenlosen Finsternis sehen konnten, und sie schienen sich, abgesehen von dem Licht, durchaus nicht vor mir zu fürchten. Aber sobald ich einen Zündholz anstrich, um sie zu sehen, flohen sie unverzüglich, und sie verschwanden in dunkle Kanäle und Tunnels, aus denen mich ihre Augen auf die unheimlichste Artenweise anglänzten. Ich versuchte, sie anzurufen, aber ihre Sprache war offenbar anders als die der Oberweltmenschen. So blieb ich also meinen eigenen hilflosen Bemühungen überlassen, und noch jetzt dachte ich an Flucht vor der Erforschung. Aber ich sagte mir, jetzt bin ich drin, und als ich mich den Tunnel entlang tastete, merkte ich, daß der Maschinenlärm lauter wurde. Alsbald wichen die Wände von mir fort, und ich kam auf einen weiten, offenen Platz, und als ich ein zweites Zündholz anstrich, sah ich, daß ich in eine weite, überwölbte Halle getreten war, die sich hinter dem Bereich meines Lichtes wieder ins tiefste Dunkel streckte. Was ich von ihr sah, war so viel, wie man bei einem brennenden Streichholz sehen kann. Meine Erinnerung ist natürlich unbestimmt. Große Formen, wie riesige Maschinen, erhoben sich aus dem Dunkel und warfen groteske schwarze Schatten, in die gespenstische Mauerlocken vor dem Lichtscheine flohen. Es war dort nebenbei sehr heiß und drückend, und ein matter Geruch von frisch vergossenem Blut lag in der Luft. Eine Strecke in der Zentralhalle hinunter stand ein kleiner Tisch aus weißem Metall, der scheinbar mit einem Mahl bedeckt war. Die Mauerlocken waren auf jeden Fall Fleischesser. Ich entsinne mich, daß ich mich gleich fragte, welches große Tier überlebt haben könnte, um die rote Keule zu liefern, die ich sah. Alles war sehr undeutlich. Der schwere Geruch, die großen, unklaren Formen, die ekelhaften Gestalten, die in dem Schatten lauerten und nur auf das Dunkel warteten, um wieder zu mir zu kommen. Dann brannte das Streichholz ab, senkte mir die Finger und fiel, ein sich ringelnder roter Fleck in der Schwärze. Ich habe seither daran gedacht, wie besonders schlecht ich für ein solches Unternehmen ausgerüstet war. Als ich mich mit der Zeitmaschine aufgemacht hatte, hatte ich es in der absurden Annahme getan, die Menschen der Zukunft würden uns in allen Vorrichtungen unendlich voraus sein. Ich war ohne Waffen, ohne Medizin, ohne irgend etwas zu rauchen, zu Zeiten entbehrte ich Tabak furchtbar, selbst ohne genug Streichhölzer gekommen. Wenn ich nur an einen Kodak gedacht hätte! Ich hätte den Blick in die Unterwelt in einer Sekunde aufnehmen und den Muße untersuchen können. Aber so stand ich nur mit den Waffen und Kräften da, die mir die Natur verliehen hatte, mit Händen, Füßen und Zähnen, die und vier Sicherheitszündhälzer blieben mir noch. Ich fürchtete mich, zwischen all diesen Maschinen im Dunkel vorzudringen, und erst mit meinem letzten Lichtschein entdeckte ich, daß mein Vorrat an Streichhölzern bald erschöpft war. Es war mir bis zu diesem Moment nie eingefallen, daß ich mit ihnen sparen müßte, und ich hatte fast die halbe Schachtel damit verschwendet, daß ich die Oberwäldler erstaunte, denen Feuer etwas Neues war. Jetzt hatte ich, wie gesagt, noch vier, und so wie ich im Dunkel stand, berührte eine Hand meine, dünne Finger tasteten mir übers Gesicht, und ich empfand einen eigenthümlichen, unangenehmen Geruch. Ich meinte, ich hörte das Atmen von einer Herde dieser furchtbaren kleinen Wesen um mich. Ich fühlte, wie man mir die Streichholzschachtel sanft aus der Hand lösen wollte, und andere Hände zogen mir hinten an meinen Kleidern. Das Gefühl, daß diese unsichtbaren Geschöpfe mich untersuchten, war mir unbeschreiblich unangenehm. Mir wurde im Dunkel sehr lebhaft klar, daß ich gar nichts von ihrer Art zu denken und zu handeln wußte. Ich schrie sie an, so laut ich konnte. Sie fuhren auseinander, und dann konnte ich fühlen, wie sie sich mir wieder näherten. Sie packten mich kühner und flüsterten sich sonderbare Laute zu. Mir schauderte heftig, und ich schrie noch einmal, ziemlich mißtönend. Diesmal waren sie nicht so ernstlich erschreckt, und sie stießen einen wunderlichen, lachenden laut aus, als sie zu mir zurückkehrten. Ich will gestehen, ich hatte furchtbare Angst. Ich beschloß noch, ein Streichholz anzuzünden und unter dem Schutz seines Scheines zu fliehen. Ich tat es, und indem ich das Flackern durch ein Stück Papier aus meiner Tasche verlängerte, vollzog sich mein Rückzug bis zu dem engen Tunnel. Aber kaum hatte ich ihn betreten, als mein Licht ausgeblasen wurde, und in der Finsternis hörte ich die Maulocken wie Wind unter Blättern rascheln und wie Regen klatschen, als sie mir nacheilten. Im Nu war ich von vielen Händen gepackt, und es war kein Zweifel, sie versuchten, mich zurückzuziehen. Ich strich ein neues Streichholz an und schwenkte es vor ihren geblendeten Gesichtern. Sie können sich kaum vorstellen, wie ekelhaft unmenschlich sie aussahen, diese blassen, kinnlosen Gesichter und großen, liedlosen, rötlich-grauen Augen, und daß sie so in ihrer Blindheit und Verwirrung starrten. Aber ich wartete nicht, um zu schauen, sagte ich ihnen. Ich wich wieder zurück, und als mein zweites Streichholz zu Ende war, strich ich mein drittes an. Es war fast abgebrannt, als ich die Öffnung in den Schacht erreichte. Ich legte mich am Rande nieder, denn der Stoß der großen Pumpe unten machte mir schwindelig. Dann tastete ich seitwärts nach dem Haken, und in dem Moment wurden meine Füße von hinten gepackt, und ich wurde heftig zurückgerissen. Ich zündete mein letztes Streichholz an, und sofort ging es aus. Aber ich hatte jetzt die Hand an den Klettergriffen, und indem ich gewaltsam austrat, machte ich mich aus den Griffen der Maulocken los und kletterte rasch in den Schacht hinauf, während sie zu mir aufspähten und blinzelten. Nur ein kleines Geschöpf folgte mir eine Strecke weit und trug fast meinen Stiefel als Trophäe davon. Der Aufstieg schien mir endlos. Mit den letzten zwanzig oder dreißig Fuß überkam ich eine tödliche Übelkeit. Es machte mir größte Schwierigkeit, nicht den Halt zu verlieren. Die letzten paar Meter waren ein furchtbarer Kampf gegen diese Schwäche. Mehrere Male schwamm mir der Kopf, und ich hatte alle Empfindungen des Fallens. Schließlich aber kam ich irgendwie über den Brunnenrand und stolperte aus der Ruine in den blendenden Sonnenschein. Ich fiel aufs Gesicht. Selbst der Boden roch frisch und sauber. Dann erinnerte ich mich, wie Wiener mir Hände und Ohren küßte, und ich die Stimme anderer unter den Eloi hörte. Darauf war ich eine Zeit lang ohne Besinnung. Die Apo Productions Die Apo Productions Vielen Dank.